Seid gegrüßt und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr auch diesmal wieder dabei seid und beim Atzenberger zuschaut, denn heute gibt es diese KitKat-Sorte bei mir im Test. Ihr seht schon, Lemon Crisp haben wir. Da bin ich gleich sehr gespannt drauf. Das Ganze ist aus Amerika und ist einfach ein Waffelriegel mit Zitronengeschmack und den werden wir jetzt probieren. Dann fangen wir sofort an, denn ihr wisst genau, auf meinem Kanal geht es nur um eins und das ist dann bleibt der Geschmack. Also gilt wie immer, auf damit und raus damit. So, jetzt sollte es offen sein, mehr oder weniger. Wir schauen mal. Okay, so schaut er aus. Ich bereite den Testteller vor und dann wird probiert. So, schon geht es weiter. Wir probieren jetzt unseren KitKat-Lemon Crisp. Dazu breche ich jetzt einfach hier oben mal ein Stückchen ab. So, wir schauen natürlich nochmal von innen, wie das Ganze ausschaut. Ja, wir sagen, es ist relativ identisch mit dem Bild auf der Verpackung. Okay, gut, dann probiere ich jetzt mal. Also wenn man daran riecht, der riecht wirklich schon ganz leicht nach Zitrone. Okay, ich probiere ihn. Ja, als erstes, wenn man hier reinbeißt, bemerkt man natürlich die schön zart schmelzende Schokolade, die das Ganze hier umgibt. So ist man das auch von den anderen KitKat-Sorten gewohnt. So kennt man das, so mag man das. Also ich auf jeden Fall. Dann im Inneren befinden sich unsere Waffelschichten. Auch die sind natürlich bekannt. Ja, jetzt kommen wir mal zu dem Geschmack. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der Zitronengeschmack ist hier wirklich sehr, sehr dominant. Man schmeckt wirklich nichts anderes mehr. Ich hätte jetzt zum Beispiel auch in der Blindverkostung nicht erkannt, ob das eine weiße Schokolade ist oder eine dunkle Schokolade. Schmeckt einfach nur alles nach Zitrone. Ja, finde ich dann ein bisschen zu dominant, den Zitronengeschmack, wie gesagt. Wenn es jetzt ein bisschen schwächer gewesen wäre, in Kombination mit einem schönen, leckeren, weißen Schokoladengeschmack, also das wäre dann so eher mein Ding gewesen. Aber Freunde des Zitronengeschmacks kommen hier absolut auf ihre Kosten. Müsst ihr einfach mal selber nachkaufen und selbst probieren. Also wie gesagt, für mich ist der Zitronengeschmack leider zu dominant. Na gut, dann zeige ich euch jetzt schon die Rückseite der Verpackung mit den Zutaten, den Nährwerten und dann gibt es meine Bewertung. Meine Bewertung sieht folgendermaßen aus. Tut mir auch ein bisschen leid, aber mehr wie den Daumen zur Seite kann ich jetzt hier leider nicht vergeben. Geschmacklich wäre es normalerweise einen Daumen nach oben gewesen. Den muss ich allerdings natürlich abziehen aufgrund des hohen Preises. 2,99 Euro für 42 Gramm finde ich dann doch zu viel. Ich weiß, es ist ein Importprodukt, aber trotzdem, das geht bestimmt auch günstiger. Na gut, dann war es das schon wieder mit meinem kleinen Testvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Kommentar da. Natürlich auch gerne ein Dislike, wenn es euch nicht gefallen hat. Alles gut für den YouTube-Algorithmus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Video, sagt euer Arzenberger. Vielen Dank. Vielen Dank.